Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Warfare 2 hier heute mit Peter und Christian im Team. Ich freue mich richtig über meine Teammates. Ja, ich würde mich auch gerne freuen können. Wir haben da jetzt schon zwei Matches zusammengespielt, Jay und beide geschlossen. Ja, du bist ja nicht das Problem. Oh nein! Mittelhaus einer. Wie sie hier nur gegeiert haben. Warum ging das jetzt? Mich töten? Weiß ich nicht, Alu. Okay, einer war im Mittelhaus und einer ist im A-Haus. Im A-Haus drin bei denen noch. A-Haus. Da musste ich auch gerade dann denken. Er hat es auch zweimal gesagt. In der Mitte von der Straße. A-Haus. Wie so gegen das, ne? Unten bei einem kleinen Haus. In der Waschsalon. Bei uns am Spawn. In der Waschsalon. Da ist einer. Ja, warte, nur im Waschsalon. Naja. Nice, Bram. Da ist der immer noch. Moment, der ist gar nicht bei mir im Team. Doch, doch, Christian, alles gut. Alles gut. Ich dachte so, Hä? Wie waschsalon. Wer war ich doch gerade? Peter? Ne, Peter. Was geht ab, mein Freund. Du hast einen Schnuller, Alte. Oh Gott! Oh lol! Da war noch einer. Drückt der dir das, drückt der dir das noch entgegen, ey. Nein! Hey! Wie du aus dem Fenster geflogen bist. Das war jetzt ein bisschen knapp und ärgerlich. Ach, war der genau da. Ist er richtig schön rausgebackt. Ist er rausgeflogen? Ne, ne, ne. Ah, sieht man nicht. Ist er richtig schön rausgeflutscht. Eine sehr gute Runde, Bram. Ich bin stolz mit dir in einem Team zu sein. Im Moment. Halt's Maul. Einer Richtung A ist angeschossen. Halt's Maul. Halt's Maul. In Dalu ist A haust. Oh oh. In Dalu? Immer noch bei A. Wir werfen Sam Texas. Ach, da stirbt der nicht. Der hat sich jügellig, der Arsch. Ich glaub der war auf dem Grünzeug. Oh, noch einer da. Oh, wir sind da. Oh, hallo. Du hast ihn doch gesehen. Wo? Schön, schön, schön. Ja. Nice. Du bist so hektisch mit der Stimme auf einmal. Ja, weil ich nicht... Ich hab gesehen, es lebte noch ein Gegner. Und es waren zwei Leute da. Und ich wusste jetzt nicht wenig ansagen. Das kann doch nicht sein. Der Bram musste nicht hektisch werden. Der Delivert. Guck mal, Bram ist voll gut gerade. Was ist los? Der Beste hier auf dem Server. Hast du wieder ein Auge zu, Bram? Oder was? Einfach ein guter Mensch, Herr Bram. Ein guter. Bram hat ein Auge zu. Ich wusste das. Ach so, er hat lange gebraucht. Ja. Ich war geflasht. Ich hab nichts gesehen. Warte, wurde mir nicht angezeigt. Ach so. Ich hatte fast... Ich hab keinen Hintenbarger gekriegt. Ich hab keinen Hintenbarger gekriegt. Fuck. Oh, warte doch. Ich hab doch geflänntes. Trümmerhaus, B-Spot. Da ungefähr wird das Ding explodiert. Unten auf die Straße. Und ist jetzt wieder dieses Haus in der Mitte hoch an der Brombe. Ach so, das Haus. Der fehlt noch. Das ist das Haus in der Mitte an der Straße. Gut zu wissen. Wie hattest du... Wer heißt sonst? Der war der Nutzung! Irgendwo... Wusste ich doch, dass er da irgendwo ist. Nein! Hallo, der war der Letzte. Ich hab noch einen erwartet im Trümmerhaus. Scheiße. Oh nein, ey. Ich dachte, der Messer hat mich jetzt eiskalt. Boah, das hat knapp, ey. Richtig nice. Da ist mir das Herz kurz in die Hose gerutscht. Das war ja einfach. Fram, ich hoffe, du bist nicht zu enttäuscht. Guck mal, haben wir unseren ersten Punkt. 12-0 angesagt. Oh, oh, oh. Nee. Mach's dich mir nicht an, außer... Das hat der in der Runde, wo wir 12-0 gewonnen haben, übrigens nicht gemacht. Das heißt, der wird wirklich gejinxt. Der wird gejinxt. Einer ist im Barbiershop. Das war ja nix, Peter. Da war nix, ey. Da war nix, ey. Runtergesprungen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Nee, nicht runtergesprungen. Aber tot. Einer auf dem grünen Zeug. Nee. Aber vor einer Handgranate. Es ist untergesprungen, glaube ich. Hat den schon da hinsehen? Ich glaube nicht. In Angst. Was mit der Bombe? Keine Ahnung. Egal. Tour in One. Lass den einfach planten. Oh, das ist nicht gut. Nee, das ist jetzt blöd. Er sieht mich. Wo ist denn der? Ausnahmsweise mal. Und mich sieht der auch. Also ich dachte, du meinst, er sieht mich mit... Nee, der ist auf Allang. Sein Tier. Nee, nee, der sieht mich. Ich krieg mich mit... Tiefressig. Radar meinst du? Oh, nice. Alter, machst du halt aber auch nichts. Du hast dich gerecht, Christian. Alles gut. Ja. Alles gut. Alles gut. Du machst aber auch nichts. Auch Jedi sterben mal. What? Nein. Das ist so ein Schwitzlein. Bram ist schon mal dreimal so gut wie Jay aktuell. Muss man ja auch mal sagen. Oh, einer ist A lang. Einer ist schon bei uns in der Base. Haben wir den Speeder jetzt bei uns? Nein, ich muss nachladen. Warte. Ich muss nachladen. Warte. Ich hab dich fast gemessert, du Bitch. Aber Bram ist halt auch... Wer hat denn da die? Boah, da ist noch einer. Der ist doch weiter nach rechts weggelaufen, Sepp. Nicht ein. Ich hab's nicht gesehen, richtig. Nein. Da war noch einer. Fuck. Ja, das war Jay. Das war Jay, das war ein anderer. Ja, ja, das war Bram. Den ich verfolgt hatte. Was? Ne, das war Jay. Ne, den ich verfolgt hatte. Den ich gesehen hab. Ja, das stimmt. Wui. Hier ist oben im Eissalon drin. Ah, Christian, das war... Nice. Ah, Kümel der Haller. Unten am Eissalon. Das war bestimmt irgendein Wort. Kümel aller Haller. Kümel hat er halt auch. Ja, Kümel, Junge. Nicht so geil, find ich. Kümel hat er, Alter. Das ist voll und fast. So viel Kümel finde ich auch echt eklig. War der da hinten, Christian? Der Fenchel voll geil. Ja, Fencheln sind doch da. Ja, Fencheln sind mega lecker. War der auf Alans? Fett. Wie kostet du von Kümel auf Fenchel? Ah, der war nicht Alarm. Beides Nahrungsgewürze. Ich hab gestern Linsensuppe gegessen. Das war geil. Ja, ich find Erbsensuppe auch ganz geil. Erbsensuppe ist auch geil. Ja. Das ist genauso vergleichbar wie Kümmel und Fenchel. Ja, okay. Also kann man so theoretisch sehen. Watt du, das ist Kümmel und Fenchelsuppe oder what? Das hab ich nicht gesagt. Ja, doch, Bram. Nicht mal ansatzweise. Ja, doch. Nein, schade. Nein. Wir haben uns mal gewürzt. Ah, nein. Richtig Ninja unterwegs, ey. Und der hat sich nicht da weg bewegt. Okay, so schön. Müsste ich ja laufen. Müsste ich ja laufen. Im Gegensatz zu dir im richtigen Leben verbrennt er hier keine Kalorien. Ach so. Im Eissalon. Oben. Einer ist A lang. Mittleres Haus. Ist einer von uns schon tot eigentlich? Ne. Aktuell noch nicht. Warum? Hättest du gerne. Um Gottes Willen. Das wäre ja tragisch. Ja gut. Wo sind die anderen zwei denn? Also einer müsste A lang sein. Ich weiß nicht, dass die kommen nun. Oh Gott. Der ist echt runtergefallen. Nein, nein, nein. Der kommt schon rein. Der und Jay waren immer noch A lang. Komm schon, aber misch dich denn ein, du Fickes. Jay ist immer noch A lang. Ich bin aber den Hintern retten musste. Hättest du mich auch noch runter gesprungen. Ja. Bin ich wirklich. Ich dachte, da war es vorbei. Okay, dann werden wir es gesprungen. A lang hast du gesagt? Okay. Das ist ja nice. Bisher mischt sich immer ein. Sehr schön. Guck mal. Wir haben auch drei drei mittlerweile. Du bist rückwärts da runtergelaufen. Bisher. Seid ich dir deine Claimers am Arsch? Ich hab dich schon gelegt. Das ist egal. Du hast zwei. Aber nur eine darfst du legen. Das ist Genfer Konvention. Das weiß doch jeder. Das sind die Regeln. Genfer Konvention, ey. Oh Gott. Putin sagt aber, das geht anders. Dann darf ich das auch. Putin sagt, das ist ja mal egal. Achso. Wow. Oh nice, Christian. B lang. A lang. Oh, die war geil. Ach, da war er. Wo warst du? Ich bin einfach links wieder rumgegangen. Wie bist du wieder reingekommen? Durch deinen Eingang. Durch deinen Eingang. Okay. Lölölö, wo ist denn der Jay? Oh, da ist er ja. Boah, du wechselst. Ich hab mich beim Verplanten getötet. Ich hab für die Karte noch nicht so meine richtige Klasse gefunden. Womit ich richtig geil abgehe. Deshalb muss ich noch suchen. Sieht man. Oh Gott. What the fuck. Da ist einer Eissalon. Bei B auf dem Spot. Den hab ich aber auch angeschossen. Nicht so nice. Tot. Okay, Bram war Eissalon. Ist glaube ich... Hast du den gerade gesehen? Ist der da runtergefallen? Mhm. Der war safe Eissalon. Und Jay aufgehört hat zu reden. Ja, von jeden vor einer halben Stunde, Junge. Jetzt gewundert. Nein, ach. Nice. Der hat die Bombe auch gedroppt. Das war so klar. Der hat die Bombe auch gedroppt. Der hat die Bombe auch gedroppt. Scheiße. So kack jetzt. Und jetzt. Achso. Die grünen Taschen waren halt aus einem kurzen Blick wie die Bombe tatsächlich. Ich hab erst gedacht, Jay will uns nutzen. Man hat noch leise gehört. Oder auch nicht. Ich hab erst gedacht, Jay will uns nutzen. Und will uns äh... Gegen wie viel musst du spielen? Gegen einen musst du spielen. Bam. Ich glaub der ist oben. Oh, lol. Die anderen hat schon... Nein, in dem Moment. Alter, ich will was ne Runde wieder raus. Ich bin nicht die ganze Runde. Ich bin nicht die ganze Runde hinterher gelaufen. Ich bin nicht die ganze Runde hinterher gelaufen. In dem Moment. Kann nicht wahr sein, ey. Das ist der... Oh, Bram. Oh. Das war so schön gespielt von Christian. Das war so schön gespielt von Christian. Ja, ich bin in den Eissalon hier reingelaufen. Bram ist halt aber auch ein Monstrum, ne? Aktuell gerade ja. Aber das ist doch... Ich war ja ein richtiger Endboss. Aktuell ist Bram richtig gut. Ich wär so ein Minion, ey. Aber Bram hat sich ja wieder die Augenklappe rausgeholt. Also alles gut. Der Alu läuft einfach mal gegen die Wand. Ich glaub, der war gerade im Kaufgebie. Oh scheiße, nee. Aber die haben Drohne auch. Scheiße, ich kenn die Klasse nicht mehr. Äh, haben die nicht. Das können wir auch. Das können wir auch. Okay, das ist gut. Ne, nicht so cool. Was geht denn da gerade? Im Eissalon ist glaub ich einer. Ich glaub auch. Ich glaub überall sind Leute. Aber im Eissalon hab ich einen gesehen. Der wollte mich messen. Der ist bei uns am Spawn. Bei uns am Spawn kommt drüber. Ich wollte nicht messen. Ich hab's gemessert. Ich hab's gemessert. Bram kommt zu B. Bei uns am Spawn. Ja genau da. Oh Leute, der andere ist oben. Ich hab irgendwas geflasht. Oben auch auf dem Haus. Du hast mich geflasht glaub ich. Nein, ich glaub der ist im Betonhaus. Da ist der Betonhaus. Der ist da, der ist da. Du hast die Waffen gesehen. Ja, aber wie komm ich da hin? Der ist oben auf dem Dach. Scheiße. Hab ich. Schade. Lebst du noch zum Diffusen? Ja, ja, ja. Der defused gerade. Hätte einfach durch defused. Hot damn. Ein Traum mit Bram zu spielen, ey. Ja, oder? Was ist da los Bram? Hast du wieder was eingeworfen? Skill. Der Luftakt auch. Mama. Ach komm schon. Gerade komm ich nicht klar hier auf das Game. Das ist doch scheiße. 2A lang ist schon einer aufs Asport. Mittlere Haus. Ihr habt die E-Drohne. Sind nicht gut. 2A lang. Das kann doch nicht wahr sein. Schön, schön, schön. Der andere war auch Alarm. Ja, warte. Der hat mich beworfen mit einer Grenade. Catch a Grenade for ya. Für den Bram bestimmt nicht. Das war schön. Na, wo der ist. Oh Leute, ein mittleren roten Haus. Oben drauf. Ist hinten rum raus. Ich sehe ja, da das rot ist. Ja. Ja. Oh, scheiße. Oh, sehr schön. Genau die richtige Pose von Mr. ist ja. Oh. Gut, dass der stehen geblieben ist. Ja. Scheiße, ich konnte eigentlich da ein bisschen weg gewesen. Ja. Suchen und zerstören. Ah, ganz schön Kopf-an-Kopf-Rennen hier, ey. Nicht ausgeglichen. Oh, ich bin mega geflasht. Ich bin tot. Auf A direkt drauf. Der ist drauf gerannt. Scheiße. Ich hab die Flash abgekriegt. Ich hab auch keinen, ihr habt auch keinen anderen gesehen bisher, ne? Ich hab noch gar keinen von denen gesehen, verrückterweise. Ja, das meine ich. Keiner ist im mittleren Haus. Auf A Seite. Auf Spawn-Seite. Der ist bei uns am Spawn irgendwo und kippt in das Haus. Oh, wir haben uns richtig rasiert in der Runde. Die haben mal Zip gepickt. Die haben mal die Seite offen. Ja, das ist echt doof. Aber die Flash war super. Okay. Weg. Ich hab mich richtig weggemacht. Bambi! Wieder auf A versucht. Einer A. Scheiße, ey. Der ist immer noch A. Geil. Ich hab wieder von hinten, Mann. Ich kötze. Ich kötze. Ich kötze, Junge. Kötze ist die Abkürzungsführung. Ich könnt kotzen. Mario kötze, ey. Die Bombe hat sie auf Alang verloren. Die Flash geht auf mich. Ah, sorry. Dalo, wenn ich jetzt Maske kriegst du von mir ein Eis. Bombe auf Alang? Ach, guck mal. Kein Eis für Dalo. Ich war hier schon im Eis-Lalon. Hättest du mal lieber gesagt, irgendwie mal einen hübschen Knife-Skin oder so für CS, dann hätte ich vielleicht angestrengt. Dann sind wir die hässliche. Ich war schon bei Pelaios gewesen. Aber schöne AWP-Skins oder sowas, die hat er halt auch nicht. Dalo hat doch alles. Wir machen das beste Eis der Favela. Der AWP-Safari-Mesha da zum Beispiel noch nicht. In dem Pelaios, da kriegst du alles. Oh, einer ist bei B-Spot. Die gehen richtig, ganz genau da. Ach, schon wieder. Weiß nicht, ob ich davon so ein Freund bin. Aber ich glaube, ich bin unsichtbar. Ich bin tot. Oh, die war schön. Die hat mich direkt genommen, ey. Irgendwo in der Mitte. Oh nein. Oh, der hat auf dich gewartet. Oben im Eisladen. Der hat halt auf dich weiter gewartet. Hey, hey. Peter ist oben auf A-Spot. Läuft grad auf A-Spot direkt drunter. Und wahrscheinlich hinten zum Haus. Aber könnte auch vorne natürlich sein. Ach so. Oh, meine Jungs wissen genau, was ich damit meinte. Der ist jetzt bei B. Alles ist möglich. Alle haben Stellung bezogen. Der ist bei B. Peter ist bei B. Der laber doch keinen. Peter ist bei B. Der ist eigentlich Sepp. Ach so, der ist doch bei uns nicht tief. Der ist bei Friseur. Ach, schade. Der ist bei Friseur. Der ist bei Friseur. Shit it. Hallo. Ja, weiter. Weiter kommen sie an. Boah, schöner Schuss, Jonathan. Was war das denn danach, ey? Richtig drauf, die Schüsse alle, ey. Draufschießen. Was ist denn das für ne Hitbox? Was war ne geile Hitbox? Oh, Bram versucht nicht zu messern. Dein Bauer auf A. Ja. Der wollte doch wieder Messern kommen, ey. Die Wurst. Loll, der tubet auf dem Dach. Äh, Eis Salon oben im Dach. Hi. 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 Jey ist mittlerweile so groß, dass er sich getubt. Jey ist auch an. Er hat doch gerade voll Bock drauf. Boah, der hat, lad. Nein. Nein. Der hat ja wirklich die Bombe gedroppt. Ja. Ach da. Oh nein. Muss ich mir nur noch einnahmen. Sehr schön, Piedelidii. Ich hab da ja nicht gerade den Christian oben im roten Haus gesehen, da oben. Scheiße. Wollte die Tube schon fliegen, oder was? Ja, quasi. Das Team zerstören. Wir haben die Bombe. Nee, nee, Jay. Ich hab dich gesehen. Ficker, ey. Absporn doch. Will er wieder snacken kommen, aber gib es nicht. Heute ist ausverkauft für dich. Wo sitzen die denn wieder, hä? Glaube, hm. Äh, Eis, äh, Barbiershop. Barbiershop, Barbiershop obendrin. Und A lang. Barbiershop obendrin und A lang. Der von A lang kommt gerade. Und Barbiershop. HP, da hält seine Waffen in den Laden rein. Was denn? Der andere kommt aus der Mitte unten. Ich bin nicht hängen geblieben. Wo denn? Ey, ich bin nicht hängen geblieben. Oben ist der. Der ist oben drauf auf dem grünen Haus. Gehört easy runter, Peter. Hm. Nice! Boah, das war aber auch der letzte Schuss, der ihn getötet hat. Du hast ihn dir durch das Ducken kaputt gemacht. Ja. Sehr schön. Ich weiß gar nicht. Bist du untenrum rausgelaufen, Barb, oder bist du runtergesprochen? Ja. Ich bin durchgeladen durch. Hab ich leider nicht gesehen. Shit. Aber trotzdem gut runtergespielt, Peter. Suchen und zerstören. Suchen und zerstören, meine Freunde. Das machen wir jetzt mal. Jetzt haben wir langsam wieder die Führung übernommen hier. Gut. Was? War auch ein harter Kampf. Naja, ohne Witz. Oh, der ist schon unten auf dem Platz, am Schiebplatz. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Der ist schon durchgelaufen. Der ist schnell unterwegs. Oh, Leute. Nein. Den, den Dings habt ihr noch. Komm da, wir gucken alle zu. Ah, Peter, ich glaube. Da wüsste ich gar nicht, dass das geht. Wo ist denn der? Ich glaube, ich habe den gerade auf A recht, A lang irgendwo gehört. Meinen auch. Ey, die Schritte können aber auch verwirren. Ich glaube, dass du selber gerade war. Haha, nicht verwirren. Ey, Peter kennt er mit dem Laufen nicht. Also rollt er ja immer. Wo tut. Düs, düs, düs. See me rollin, ey. See me rollin. Ob das auch für Scooter gilt, weiß ich jetzt nicht, aber... Aber doch, eigentlich schon. Kann man da rein? Wo rein? Nein. Nee. Weil du die Zeit wegkommst. Nein, das geht nicht. Irgendeiner muss sich doch bewegen. Ich beweg mich die ganze Zeit, du geile Nudel. Also ob wir uns... Ja, ja. Peter versucht die ganze Zeit Sachen. Ich dachte, man könnte vielleicht rein. Das hätte mich jetzt auch verwirrt, aber wer weiß. Meinst du, man kann hier rüber? Yo, easy game. Aber da kann ich, glaube ich, nicht rein. Da kannst du hin. Jawohl, nice. Und jetzt nach links gucken. Ist das geil, Alter. Jawohl. Jetzt bei denen am Spawn läuft Richtung B Backsteinhaus. Na, Peter kommt gleich von hinten. Muss auch aufpassen. Ich war schon am Weg. Ah, Madalu. Die ganze Zeit auf dich ärgert. Stimmt, du warst oben schon an der Ecke, ey. Du warst oben schon an der Ecke, du kleines Snitch. Ich? Ja. Wir haben dich noch nicht ganz. Suchen und zerstören. Search and destroy. Kann man da drauf? Da rein? Einer ist im Eisladen. Oh, und er hat mir richtig gegeben. Nein, er hat mich getötet. Ach, komm. Einer ist im Eisladen, Bram. Aber gut. Einer von denen ist auf A. Stirb doch mal, Alter. Und noch einer auf grün. Auf grün und einer auf A. Schön. Oh, Peter geht richtig hart. Das da. Der andere ist A. Das da. Ja, Jay weiß jetzt, was ich sage. Wo war der andere? War auf A. You see me rolling. Einer Dauerbrenner hier. Schön, Christian. Nice one. Die Pflanzen sind ein bisschen kaputt, ne? Da kannst du nicht komplett durchschießen. Ja, irgendwie. Ist mir vorhin gerade auch aufgefallen. Da stand da nämlich auch jemand. Genau da, wo du jetzt Jay gekillt hast. Hab ich auch einen gekillt. Genau, der Boden liegt. Der liegt ja auch noch. Ja. Der hätte ganz schön viele Schüsse gemacht. Ja, irgendwie. Ah, die Pflanzen schützen einen ein bisschen. Schön. Oh, lol. Jetzt sehe ich doch gar nichts mehr. Okay, das ist ganz schön krass jetzt. Im Eis-Salon, das ist ja nice. Ich habe einen Runde improvisiert. Das ist nicht so gut. Nein, da, du ist oben auf dem Dach. Nein, da, du ist oben auf dem Dach. Im Eis-Salon, das ist überhaupt 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 nicht. Im Eis-Salon, das ist im Dach. Ich frage mich auch, warum der Herr überlebt hat er wahrscheinlich zu früh gezündet. Wahrscheinlich, weil er gerade erst kam. Ach, stützt der dann ab? Ja, der stützt dann ab? Ich dachte, die Flugzeuge vorher stützen dann auch ab. Nice. Oh, der lässt ja was falsch. Hat er denn eine Bombe fallen lassen, Christian? Weißt du halt? Nein. Du hast ihn gesehen, oder? Nein. Das ist gerade Dalu-Punkt. Gegenüber. Auf einem Dach ist er rüber gesprungen. Gegenüber. Das heißt, er müsste bei uns am Spawn eigentlich sein. Das war nicht der Gegner. Okay, das war ich, Christian. Sorry. Ja. Oh, fuck, der ist A bei uns. Nice. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ah, Jungs. Der hat, also, das ist irgendwie echt Pech. Ich hab den so oft schon von hinten oder in so einer Situation erwischt. Der geht ja gerade so tierisch auf den Sack. Was? Wir haben ein richtig schönes Team, Jungs. Ich freu mich. Suchen und zerstören. Freu mich. Sweet. Oh, die war zu kurz. Was ist das? Asport. Verfindete Predator-Rakete im Anflug. Ja, sehr schön. Man kann ja tryen. Die Rest sieht man nicht. War dumm von mir, das überhaupt zu machen. Ja, ist ja vermeintlich letzte Runde, ne? Einer ist in dem mittleren Haus. Möp auf Jey. Jey? Den hat noch keiner gesehen. Nee. Der ist aber auch ne fiese Möp. Jey, du machst jetzt Peter. Und Christian ist tot. Was? Das heißt, keiner sich von hinten abschießt. Der ist im A-Haus, Peter. Bei dir im A-Haus. Ah, A-Spot. Ja, die Info kam auch ein bisschen zu spät. Da war ich schon tot. Peter hat die Bombe fallen gelassen für dich zu entfangen. Ich weiß. Sag es nicht. Wie ist das? Wie ist das denn, wie sie in diesen Videos wo Katzen voll zu tun? Das ist ein nasser Sack einfach nur. Das schaff ich. Boom. Wenn die so an der Gardine dran springen oder so, ne? Hm. Stimmt. Nein. Wow, er hat jetzt einfach Plätze getroffen. Ja, quasi. Oh Mann. Das war richtig nice, Jonathan. Können wir da schönen Skill nochmal bewiesen. Zack, zack ins Face. Ja, das war kein Christian, da der mir in den Rücken schießen konnte. Ja, schade eigentlich. Sehr schade. So. Jetzt könnten wir doch die Drohne nochmal gebrauchen, Peter. Im Eißsalon ist einer drin. Jetzt hat die aber gerade keine. Is low. Da sind zwei am Eißsalon. Unten ist nur einer in dieser Ecke, wo man runterfallen kann. Ne? Da wo Dennis war. Das war echt von hinten dran. Habe er mitgenommen. Ist gut. Er ist ins grüne Häuschen reingelaufen. Nein. Klettert hoch, ist tot. Oh nö. Du bist der Letzte. Bring die Mission zu Ende. Nicht so geil. Komm, ich mach. Der ist am Spawn. Ganz hinten am Spawn in der Ecke. Was? Der war doch drauf. Pass auf Clay, ist auf. Oh Mann. Nice. 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 Sehr gut. Wir haben Bram das Ubertier gesehen. Kann nicht sein, Bram. Was soll das denn? Wir suchen und zerstören. Wir suchen und zerstören. Die Gegner, die gehören vor allen Dingen mir. Denn ich bin auch ein Tier. Die sich alle für dich haben. Nein, 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 nein. Unterm Fußballplatz. Ich hab Bram. Gemüsegarten. Du bist der Letzte. Dalu. Scheiße. Yes. Komm Dalu, wenn du den letzten Trippel machst, das ist ein richtig dickes Eis. Dalu müsste bei B sein. Dein Bester aus den Verrätern. Wie viel Eis ist der schon heute kriegen können? Er will aber auch nie. Nice Team. Richtig gut. Nice Eis. Gibt's nicht für Dalu diese Runde. Ne. Egal. Aber für Peter, Christian und Sepp. Hat der Bram wenigstens seine Reputation wiederholt nach den letzten beiden Folgen. Wollen wir gerade sagen, Bram war richtig gut diesmal. Also. Nice Team. Nice. Brofist. Sehr schön. Nächstes Mal. Brofist. Bis zur nächsten Folge. Mwitz 2. Ich hoffe es hat euch gefallen. Haut rein. Ciao. Da.